die märkte kennen kein halten der dax überschießt nicht nur seine schräge trendlinie das hat er schon vor einigen tagen getan nein er übertreibt was heißt übertreibt aber er treibt es noch über die nächste waagerechte widerstandsmarke die zwischenhochs hier aus dem sommer ihr seht das da sind wir so was von locker durch und es zeigt sich dass die marktteilnehmer aktuell zumindest mal keine lust auf gewinnmitnahmen haben sie bleiben auf der long seite und das ist ein starkes ein gutes zeichen denkt immer daran diese linien sind gute indikations niveaus sagen wir mal so denn an diesen stellen werden viele marktteilnehmer drauf gucken und dann überlegen wollen wir sollen wir müssen wir irgendwie etwas tun und was die marktteilnehmer hier aktuell an dieser linie gerade gezeigt haben ist wir sehen überhaupt gar keine sorge kein grund für gewinnmitnahme da liegt ein widerstand geht mich nichts an es ist ein kaufkurs also ihr seht dass die marktteilnehmer eben nicht in irgendeiner form negativ drauf zu sein scheinen im gegenteil der druck nach oben der scheint nach wie vor gegeben also ihr seht es keine negative stimmung zumindest mal aktuell beim dax wie müsste es aussehen damit das bild doof wird naja deutliche schübe nach unten also irgendwas was stark was mit einer heftigen bewegung in die andere richtung geht ich weiß viele wünschen sich dass nini ich möchte das hier oben schon wissen ob er dreht ja das sind natürlich fromme wünsche das ist so ich würde gerne sagt doch noch mal die lottozahlen vom wochenende voraus das können wir natürlich alle nicht aber wenn ihr sowas seht egal auf welcher zeitebene im 15 minuten chart in fünf minuten im ein minuten chart im wochen chart im monats chart dann ist das ein starkes gegenzeichen reicht für mich aber noch nicht aus ich brauche danach noch dass die andere seite aufgegeben hat denn wir haben das immer wieder mal dass der markt zwar relativ stark nach oben geht aber gleichermaßen wieder nach unten das geht auch in die andere richtung dass wir relativ stark nach unten unterwegs sind aber auch eben sehr stark nach oben beispielsweise nur mal als beispiel zwei oder hier noch im monat im wochen chart hier ganz klar runter und ganz schubmäßig nach oben das geht das heißt nicht dass es weiter nach unten geht nur wenn das wackelig wäre analog wenn diese geschichte korrektiv wäre korrektiv wir merken uns immer entweder eine bewegung mit vielen kursüberschneidungen achtet dann in auf die gegenbewegung wenn die überschneiden sind ist das kein gutes zeichen oder eben dreiwelligkeit damit ihr dann aber auch wisst dass es wirklich dreiwellig wird ist es natürlich wichtig den trigger abzuwarten denn wenn der kurs dann nach oben weg geht das passiert häufig genug dann ist man froh dass man da nicht schon short ist also das wären alles indizien dafür dafür gibt es aktuell keine anzeichen null aber es kann jede minute losgehen und dann ist es wichtig zu sehen wie müsste das aussehen ach ja so in etwa dann wird das doof also den hinteren machen wir noch mal kurz weg der ist dann ein bisschen irreführend schubrichtung korrektur richtung und die fortsetzung wenn die korrektur beendet ist und eine möglichkeit die ich gerne nutze sind eben diese zwischentiefs ihr könnt auch andere hilfsmittel vielleicht habt ihr einen indikator den ihr in dem zusammenhang gerne anguckt thema ist wann ist die korrektur zu ende welche anzeichen gibt es dafür manch einer guckt auf das momentum des marktes ich wie gesagt halte es immer relativ einfach und gucke auf diese zwischentiefs als eine idee im moment sieht es überhaupt nicht danach aus aber so würde es aussehen wenn die long seite in echter gefahr ist ja also diese kombination diese drei sachen scharfe bewegung schwache bewegung und der bruch des alten trends also insofern dann der bruch der zwischentiefs um dann die fortsetzung zu handeln haben wir im moment nicht so also was können wir sollen wir dürfen wir tun jedwede korrektive rücksetzer im kleinen sind natürlich geeignet für entsprechende einstiege also wenn er jetzt hier so was im kleinen macht beispielsweise eigentlich fände ich es noch schöner wenn er mal was so ist das nicht gemeint ihr seht aber das wackeln also wenn er irgendwie sowas in der größeren richtung macht hier als korrektur dann eben wieder einzusteigen wäre im großen bild gut also das was wir hier jetzt im moment sehen sieht zumindest aktuell aus als ob der dax es ernst meint mit der jahresendrallye dass er wirklich vor hat vielleicht geht es mal wackelig noch mal nach unten klar wenn er das tatsächlich tut sind das kaufgelegenheiten jetzt müssen wir noch was über die größe der kaufgelegenheiten sagen nachdem wir hier jetzt eigentlich und der markt mag ja immer so dieses fünfwellige verhalten diese beiden kleinen korrekturen wir sehen dass diese korrektur die wir hatten oktober 4. oktober bis 12. oktober eigentlich bräuchten wir noch mal so was in dieser größe hier dann hätten wir nämlich wieder eine 1 2 3 4 5 danach noch mal eine etwas größere korrektur für ein paar tage und anschließend noch mal nach oben trotz alledem das wären alles long szenarien also ihr seht ausschließlich wenn wir diese scharfe schubbewegung haben dann ist vorläufig also nach unten und die gegenbewegung dann wäre vorläufig das ausgesetzt solange das nicht der fall ist kann man durchaus die long seite als die relevantere ansehen aktuell welche denn sonst wenn der markt so nach oben geht macht alles andere da erstmal keinen sinn seid aber nicht übermütig im sinne von der markt kann gar nicht mehr fallen also ich sag mal mindestens diese bewegungen dieser art die sind sowieso ganz typisch und ganz normal denkt immer dran so rücksetzer der vorherigen größenordnung als orientierung nur wenn es größer wird wird es langsam gefährlich das heißt selbst wenn er 600 punkte runter geht dürfte man noch nicht maulen das wäre ungefähr dann diese geschichte und er hätte allemal noch die chance insbesondere wenn das korrektiv hier passiert dreiwellig überlappen dass der kurs dann anschließend wieder weiter nach oben geht dass der markt nach oben gegangen ist hat durchaus einen grund das liegt heute sicherlich an den daten die wir gehört haben und zwar zum verbraucherpreisniveau in amerika cpi daten consumer price index und wer jetzt sagt siehst du es sind doch die daten die den markt bewegen na klar was soll sonst den markt bewegen das heißt eigentlich nicht die daten bewegen den markt nicht null es sind die marktteilnehmer die auf diese daten reagieren und das ist das wobei das natürlich zusammenarbeitet also es ist schon wichtig zu wissen wann die daten rauskommen aber wenn ihr nicht vorher schon wisst welche daten rauskommen und wenn ihr nicht wüsst wie diese aufgenommen werden dann kann man da relativ wenig erst mal machen allerdings wenn man sieht wie die marktteilnehmer reagieren kaufen die alle kaufen die alle ja mal mit dann ist das eine überlegung zumindest da mit der masse aufzuheulen das macht durchaus oder mitzuheulen sozusagen aufzuheulen ein ganz anderes thema aber mitzuheulen man kann es sicherlich argumentieren die verbraucherpreise seht das viel niedriger das könnte sein dass die fed also dementsprechend ihre zinsanhebung reduzieren kann also nicht mehr so stark laufen lassen muss das könnte durchaus deshalb hilft das möglicherweise dem dax dazu führen dass wenn die ezb weiter erhöht dass dieser spread zwischen den amerikanischen und den europäischen zinsen den euro zinsen dass der geringer wird das heißt der vorteil des us-dollars geringer wird dementsprechend der euro wieder etwas stärker wird also das kann man durchaus in diese richtung argumentieren also auch der dax hat einen guten grund da in gewisser weise darauf zu reagieren und die amerikaner freuen sich zinssenkung okay bedeutet dass die fed wahrscheinlich also tschuldigung die die inflationsrückgang dass die die fed überlegt die zinsen vielleicht nicht mehr so stark anheben zu müssen oder vielleicht sogar früher als geplant zu senken und das ist für die wirtschaft tendenziell sicherlich kein nachteil also das ganze wird sich natürlich aus das ist klar jetzt gucken wir mal wie die amerikaner das in ihrem markt aufgefasst haben und dann sehen wir jawohl sie fassen es ebenfalls positiv auf der dow jones guckt so ein klein bisschen über diese marke drüber also ein klein bisschen über die trendlinie das ist ja das was der dax schon längst hinter sich hat er hat ja schon quasi das sommer hoch dieses hier durchstoßen der dow jones da ein bisschen naja zurück geblieben klingt ein bisschen eigenartig aber ein bisschen im hintertreffen noch aber ein bisschen potenzial besteht dann natürlich ebenfalls wir dürfen aber auch nicht vergessen dass der dow jones schon lange gelaufen ist und früher oder später dann die etwas größere korrektur ansteht die ich gar nicht schlimm finde stellt euch vor der markt macht hier so eine bewegung macht anschließend dann so eine korrektur dass nichts für heute nachmittag das ist etwas längerfristiges dann wäre anschließend die fortsetzung ja noch gut die einzige frage ist passiert das jetzt passiert das da oben erst oder klettert dann noch weiter das werden wir sehen müssen aber das spielt keine große rolle denn der einstieg wäre ja erst hier das heißt wann das losgeht brauche ich hier gar nicht zu wissen wer jetzt lang ist kann natürlich nach wie vor das hat sich nicht verändert die stops hinterher ziehen vier stunden chart ist vielleicht ein bisschen eng aber dann von mir aus irgendwie sowas vielleicht auch irgendwie was mittendrin aber zumindest mal in irgendeiner form hinterher ziehen solange der markt eben läuft macht das ja spaß der sache zuzugucken hinterher zu ziehen und sich der sache zu freuen ich persönlich bin kein großer freund im großen jetzt schon einzukaufen da würde ich auf jeden fall so ein rücksetzer lieber abwarten und wenn er kleiner ist aber irgendein rücksetzer irgendwas korrektives nach unten denkt an die trigger auf der oberseite wie gehabt also diese zwischen hoch und wenn es mehrmals wackelt dann halt das im kleinen wäre das ganze wenn ihr schub habt wackelig nach unten vielleicht im sehr kleinen jetzt hier das sogar ein ansatz schub hoch abc das ding hier einziger nachteil bei solchen fortgesetzten bewegungen man weiß nicht wie weit die bewegung geht aber wenn ihr einen einstieg sucht ist mir sowas allemal lieber das ist jetzt keine garantie dass der bruch dieser mager sind jetzt knapp drüber definitiv da oben zum ziel führt aber kauft nicht einfach blindlings ein sondern wenn dann nach einer möglichen gegenbewegung damit habt ihr immer einen kleinen zusätzlichen vorteil und ihr habt richtig gehört ihr habt einen kleinen vorteil es ist nicht so dass es dann könnt ihr nicht mehr daneben liegen nee das wäre ja zu schön um wahr zu sein aber es erhöht eure chancen enorm ja also zum beispiel weiß gar nicht ob ich den jetzt so sehr empfehlen soll weil er aber zumindest mal der anstieg ist steiler wackelig nach unten drei wellig a b c möglicher einstieg hier und für diese idee kann ich den stopp hier hinsetzen aller spätestens hier das heißt ich habe einen relativ engen stopp für diese idee wenn es läuft super wenn es nicht läuft gehe ich halt wieder raus und nehme die nächste gelegenheit dieser art war ich mag lieber etwas umfangreichere rücksetzer aber solange ihr diese diese logik irgendwie im markt seht dass der markt in irgendeiner form korrektiv hier runter kommt habt ihr eine relativ gute chance das eben noch mal zu nutzen können ja mal kurz gucken ich gehe mal auf minute nur einfach dass ihr mal seht dass es grundsätzlich in allen zeitebenen der fall ist wenn ihr seht dass die eine seite die starke ist das hier und dann habt ihr eine wackelige abwärtsseite dann sind das einstiegsmöglichkeiten immer so auf diese zwischen hochs letzte tief vorletzte tief das hoch dazwischen beispielsweise wem das zu aggressiv ist der kann auch hier so was versuchen grundsätzlich einziger nachteil ist wenn das nicht die erste korrektur ist und wir hatten vorher schon welche habt ihr keine ziele also können wir nicht mehr auf der nicht automatisch sagen das gleiche was wir vorne haben hinten nochmal das gilt nur für die dritte nach der ersten und wenn ihr jetzt vor begeisterung sagt wie geil ist das denn das klappt ja immer nein es klappt nicht immer wir müssen damit rechnen dass das regelmäßig uns auch rausholt es bietet uns aber den vorteil dass wir in der regel günstiger einsteigen können und dass wir dementsprechend bessere chance risikorelation bekommen weil die stop weite dann eben etwas verjüngt ist ihr seht also wenn ich das aktuelle bild angucke das war bei den anderen könnt ihr auf eigene faust noch mal gucken den anderen amerikanischen indizes ähnlich dass die aufwärtsseite immer noch relativ stark ist die abwärtsseite gucken wir noch mal abwärtsseite was war das mit dem überlappen da ist immer tun sich viele schwer das ist die abwärtsseite gegenbewegung der abwärtsseite war hier war hier und war hier und ihr seht alle diese bewegungen überschneiden sich mit der vorangegangenen gegenbewegung das ist kostkorrektur mit überschneidung also insofern nicht die hauptrendrichtung das hier wäre jetzt die nächste mit hier oben der nächste trigger möglich relativ scharfe aufwärtsbewegung im moment ist es so dass wir hier drei weil ich nach unten gehen ja so wie es im moment aussieht das heißt das wäre der trigger falls er gleich noch auf die idee kommt so was zu machen mit überschneidung machen wir das ein bisschen deutlicher dann wäre hier der mögliche trigger für die long seite denkt immer dran nicht zu tief hier runter gehen fibonacci mäßig irgendwie sowas hier in der richtung nicht mehr unter die achten 76er marke da gehen das macht jetzt keinen sinn dass ihr euch die genauen marken bis ihr das video seht ist die geschichte eh längst durch aber ich möchte dass ihr die systematik hier versteht ihr seht das geht sogar im minuten chart ich möchte euch gar nicht so sehr verführen auf dem minuten chart ich möchte nur dass ihr erkennt wie das aussieht und dann könnt ihr euch überlegen ob ihr das gerne auf minuten chart umsetzt auf fünf minuten chart umsetzt im vier stunden chart da sähe das ganze so aus dieser anstieg a b c trigger hier alternative zack zack fallen hochs fallen tiefs kursüberschneidung zack hier stop hier drunter oder wer es schon ein bisschen besser weiß 78er marke hier nicht immer dass das klappt aber die chance auf der besseren seite zu liegen ist deutlich höher und deshalb ist es aus meiner sicht auf jeden fall interessant sich das mal anzugucken tut das auf eigene faust natürlich ich drücke euch dafür die daumen wünsche euch alles gute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal t Vielen Dank.